Okay, hallo zusammen, ich bin Flo der Erste, der Nahalla-Oberschleißheim. Ich bin der Prinz des Jubiläumsprinzenpaars dieses Jahr. Ich bin 32 Jahre alt, ITler und stehe mit meiner Bezauberin-Prozessin der Chrissi. Hallo zusammen, ich bin Chrissi der Erste, der Nahalla-Oberschleißheim. Wir sind dieses Jahr das Jubiläumsprinzenpaar und wir freuen uns auf einen super, super Fasching. Kurz zu mir, ich bin in München geboren, bin vor einem Jahr nach Unterschleißheim gezogen und tanze seit fünf Jahren bei deiner Halla in der Showtanzgruppe und trainiere nebenzu noch die Teenies. Ich kenne die Chrissi schon seit sechs Jahren aus einer anderen Showtanzgruppe, den Wild West Girls & Boys. Deswegen ist uns die Bühnenerfahrung gar nicht so fremd. Deswegen gab es auch einen Abend, den wir gemeinsam im Fasching verbracht haben, wo mir dann eine Servette untergejubelt wurde, auf der ich dann unterschrieben habe und freue mich jetzt hier stehen zu dürfen, um mit ihr gemeinsam Prinz zu sein. Ja, das mit der Servette ist eine bekannte Tradition im Fasching. Ich habe mir gedacht, wir kennen uns schon so lange und wir stehen schon so lange zusammen auf der Bühne. Da ist der Floh definitiv der perfekte Prinz. Und dann habe ich ihm die Servette untergeschoben und habe gesagt, unterschreib. Es war sechs Uhr in der Früh, aber das muss ja keiner wissen. Genau. Ansonsten haben wir sehr viel Arbeit in unseren Prinzenwalzer gesteckt und freuen uns, dass wir euch jetzt überall zeigen können, wo wir auftreten dürfen. Ansonsten euch noch einen fröhlichen Fasching. Wo wir auftreten? Ah ja, wir treten heute auf bei unserem eigenen Intonationsball. Wir treten auf unserem Jubiläumsball auf. Ansonsten weißt du das vielleicht mehr als ich? Wir haben natürlich ganz, ganz viele Veranstaltungen auch außerhalb. Wir haben zum Beispiel das Faschingstreiben hier am Bürgerplatz in Oberschleißheim. Wir tanzen in Altenheimen. Wir tanzen tatsächlich auch in Supermärkten. Wir tanzen bei anderen Faschingsgesellschaften auf Bällen. Wir tanzen auf Faschingstreiben. Also es ist eine super, super bunte Mischung, wo wir auftreten.